Hallo, mein Name ist Wilhelm, ich bin Anfang 50 und hier bei der Aircom Produktmanager im Bereich Internet und ich würde euch gerne zeigen, was ich hier den ganzen Tag tue, okay? Also der Markt ist ständig in Bewegung und darauf müssen wir reagieren und wir hier bei der Aircom, wir arbeiten im Team zusammen, wir sind schnell, wenn wir ein Thema haben, können wir uns zusammen setzen, wir diskutieren das Ganze und finden auch gemeinsam dann entsprechende Lösungen für den Kunden oder für ein neues Produkt und das ist vor allem für mich schön, dass ich, wenn ich eine Idee habe, es schnell umsetzen kann. Um am Markt immer up-to-date zu sein, testen wir hier im Testlabor unsere neuesten Router und Systeme und auch im Zusammenspielen mit den Produkten und ich als Produktmanager freue mich immer wieder, dass ich mit der Technik hier testen kann und auch dann prüfen kann, dass alles funktioniert für unsere Kunden. Wir bei der Aircom sind immer in Bewegung, in Technik und Produkten sowieso und zwischen den Regensburger Standorten am liebsten mit dem Fahrrad, das geht am schnellsten. So, das war meine Arbeit bei der Aircom, wenn ihr euch interessiert, was meine Kollegen machen, einfach mal durchklicken.